Die Erwählung Israels setzt sich in den Nationen fort Es war von Anfang an bestimmt, dass der Segen Abrahams auf dem Weg über eine einzige Nation zu allen Nationen kommen sollte, was bis heute durch Jesus Christus und seine Apostel mittels des Evangeliums geschieht. 1.Mose 12,1-3 Und der HERR sprach zu Abram, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen, und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Segnen will ich, die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen, und Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Gal. 3,14 Auf das hinein in die Nationen die Segnung des Abraham werde, in Jesu Christo, auf das wir die Verheißung des Geistes nehmen durch das Treuen. Dies ist der Grund, warum gerade der König Israels laut dem Matthäusevangelium seine Apostel in die ganze Welt aussandte, um alle Nationen zu Jüngern zu machen, die seine Gebote halten. Die Heilsgeschichte ging also mit Israel weiter, jedoch unter Einbeziehung der Nationen und nur mit dem neutestamentlichen Israel, d. h. nur mit dem Israel, das den neuen Bund angenommen hat, und in Römer 11,5 als ein Überrest Israels nach Wahl der Gnade bezeichnet wird. Römer 11,5-7 So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, die übrigen jedoch sind verstockt worden. Denn weil der neue Bund gemäß 1. Mose 17,4-8 der Menge Nationen angekündigt worden ist, deren Vater Abrahams werden sollte, wird dieser, nachdem er mit Israel geschlossen worden ist, auch den Nationen angeboten, wodurch Gott seinen zweiten Bund mit Abraham erfüllte. Lk. 1,55-72 Wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zugedenken. Weil der neue Bund beinhaltet, dass alle, die ihn annehmen, das Volk des Königs Israels sein werden, lehrt Paulus, der Apostel der Nationen, ausdrücklich, dass die Christen aus den Nationen, weil sie durch das Blut des Christus nahe geworden sind, das Bürgerrecht Israels erhalten. Eph. 2,11,12,19 Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleische nach Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Eph. 3,6 Das die Nationen gesetzgemäß zusammenbeloste sind und zusammengeleibte und zusammen Mithaber der Verheißung in Christo Jesu durch die Wohlkunde. Dementsprechend lehrt auch Petrus, der Apostel der Beschneidung, in 1.Petrus 2,9, dass auch die Christen aus den Nationen die ursprüngliche Berufung Israels erlangt haben. 2.Mose 19,5 Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israel reden sollst.